Was erzählen? Kleiner Realtalk zum Thema Uhr. Ich glaube, ich habe seitdem ich meine Uhr habe, ich schwöre, dass es kein Spaß hat, seitdem ich die Uhr habe, vielleicht insgesamt fünfmal. Wir gehen rein ins nächste Video. Ein Video habe ich noch offen. Und zwar XXXXL Latest Pickups von Maxi bzw. Pablo Maxcoba. Und da gehen wir rein. Let's go. Wir legen los. Wie lange habe ich jetzt eigentlich kein Latest Pickup-Video mehr gemacht? Ich glaube, es ist mindestens fünf Monate her. Ich weiß es gar nicht mehr. Deshalb glaube ich, ich will es mal wieder Zeit, weil ich habe einige Sachen gekauft. Einige, wie ich finde, sehr, sehr coole Sachen. Wir haben unter anderem sogar eine Uhr dabei und einen sehr, sehr krassen Duft. Und damit, jo, Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Latest Pickup-Video. Und ich würde sogar sagen, wir schreiben diesmal XXXXXL davor, weil es wirklich sehr, sehr viele Sachen sind. Und da das Video auch ein bisschen länger geht, nehmt euch irgendwas zu snacken, nehmt euch was zu trinken und macht es euch gemütlich. Also, let's go. Wie es sich für mich gehört, fangen wir an mit einem Sneaker. Das ist ein Schuh, den ich zwar schon in meiner Sammlung habe, aber der Preis war in dem Fall wirklich sehr, sehr gut. Wir haben hier nämlich einen Jordan 4er. Ein OG. Und gerade jetzt so für den kommenden Frühling kann man den auch sehr vieles tragen. Ist halt ein Basic, würde ich schon fast sagen. Nämlich hätten wir hier den Jordan 4er in dem Fire Red Colorway. Ist, wie ich finde, immer noch ein Jordan 4er, den man auf jeden Fall tragen kann. Natürlich hat der rote Akzente. Dadurch kann man ihn jetzt auch nicht so auf 100% alles tragen, aber schon zu sehr viel. Gar nicht meins. Chat, was sagt ihr? Für mich persönlich überhaupt nicht meins. Wie gesagt, der ist halt... Also, ist ein cleaner Vierer, so ist ein cleaner Schuh. Aber ich sehe mich aktuell irgendwie einfach nicht in so einem Vierer. Juchs gewesen. Ich habe ihn jetzt auch schon einige Male getragen. Aber die Condition war auf jeden Fall immer noch sehr, sehr gut. Bezahlt habe ich, glaube ich, dafür 200 Euro, also Retail quasi. Und Resale geht da ja aktuell immer noch... Achso, der hat ja einen Resale Gold, okay. So für 350 bis 400 so. Jordan 4 passt und tragbar wegen Panda Bay. Ist das so krass mit Panda Bay? Ey, Chat, ganz kurze Frage bezüglich Panda Bay. An die Leute, die noch in der Schule sind. Merkt ihr das bei euch in der Schule, so mit Panda Bay, dass viele Leute in der Schule so mit Panda Bay rumlaufen? Weil, also ich bin ja nicht mehr in der Schule, deswegen, ich merke das nicht mehr. Ähm, aber ist das krass in den Schulen aktuell? So, dass alle so Panda Bay rocken und alles? Laber, echt? Alle mit Spider-Hoodie, als wenn? Laber, kein Scheiß, als wenn das wirklich so ist, dass alle so Fakes tragen und so. Alle haben nur Panda Bay. Alle, meine Fakes, als wieder an der Uni bei mir. Okay, das ist krank, okay, okay. Das ist krank, das ist krank. Das habe ich nicht gewusst. Irgendwo, als wenn das so krass ist. Trage ich auf jeden Fall oft und werde ich auf jeden Fall auch Tod tragen. Weiter geht's mit einer Sache, bei der ich niemals gedacht hätte, dass ich sie so oft trage. Nämlich wäre das dieser Trekkie von The Ones. Haben die Jungs mir auf korrekt zugeschickt. Einmal in diesem grauen Colorway, der mir auf jeden Fall mit am besten gefällt, weil man ihn halt auch easy auf weißes Sneaker tragen kann, mal so schnell anziehen kann und man jetzt auch nicht unbedingt so krass auffällt. Teilweise trage ich die Jacke auch so separat, jetzt ohne die Hose. Aber in der Kombination sieht es immer sehr, sehr clean aus. Das gleiche habe ich auch nochmal in diesem, ja, ist clean, ist clean. Ach, babyblauen Farbton. Den trage ich zum Beispiel meistens, wenn ich ins Gym gehe. Was bei der Hose noch nice ist, wir haben hier noch Reißverschlüsse an den Taschen, damit halt wirklich nichts verloren geht. Man kann in dem Fall die Hose auch mit so einem Gummibund enger machen. Ansonsten finde ich zum Beispiel die Trackjacke so von den Nähten sehr cool. Kapuze fitted nice und wir haben bei allen Track suits eben dieses The One Slow nochmal eingestickt. Beide Trackys müssten sold out sein, wenn nicht, haue ich euch hier unten nochmal in die Videobeschreibung. Aber ich habe auch gesehen, da kommt demnächst noch mehr. Also, falls ich einen sehr guten Track suit brauche, schaut auf jeden Fall mal bei der Seite vorbei. Weiter geht es mit einem Pickup von Zara. Ich glaube, die Hose habe ich... Die habe ich, glaube ich, auch. Wenn das die ist, wie ich denke, habe ich die auch. Letztes Jahr irgendwann gekauft, aber ich muss wirklich sagen, es ist eines... Schau mal, Justin, neue IG-Story. Das ist krass. Alter, ist das sexy, Junge. Alter. Krank. Boah. Boah. Digga, das ist krank. Wow, 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 wow. Das ist crazy. ...meiner favorite Pickups gewesen. Ich habe diese Hose bis jetzt... Äh, nee, nee. Ich lasse die mit zu Hause zum Schlafen und ich gehe auch damit duschen. Schon so unfassbar viel getragen. Das ist halt so eine grau-braun-ausgewaschene Jeans, die sehr weitfittet mit so einem integrierten Gürtel. Ja, ja, das sieht ich auch ab. Die habe ich auch irgendwo hier. Den man unten auch so ein bisschen hängen lassen kann. Ich fand die Waschung einfach sehr, sehr cool. Ich habe damit auch ein Instagram-Foto hochgeladen. Könnt ihr mal abchecken. Da könnt ihr mal sehen, wie das Ganze halt wirklich fittet. Allgemein, was Zara gerade macht, ist wirklich sehr, sehr cool. Zumindest so von der Optik. Natürlich sind die Sachen qualitativ jetzt nicht auf einem High-End-Level, aber ich glaube, die hatten vor viel gekostet und dafür musste ich die mitnehmen. Ist auf jeden Fall eines meiner Lieblingshosen geworden und kann ich persönlich auch sehr viele Sachen tragen. Wenn wir schon bei Zara sind, kommen wir auch gleich zu dem nächsten Konkurrenten, würde ich sagen. Das wäre Weekday. Ich habe bei Weekday so über die letzten Wochen ein, zwei Sachen immer mal wieder gekauft. Zum einen habe ich auf jeden Fall einen Stil mit dieser Parachute-Pants gemacht. Die habe ich auch. Will ich mich verarschen? Die es, glaube ich, schon sehr, sehr lange im Sortiment gab und in dem Fall war die jetzt eben auch im Sale. Von 65 Euro auf 29 ist, denke ich, auf jeden Fall sehr gut. Muss ich dazu sagen, findet halt sehr, sehr weit. Kann man so vielleicht auf Boots tragen. Definitiv nicht auf jeden Sneaker. Ihr könnt ja sehen, wie weit die wirklich ist. Hat links und rechts jeweils eine Pocket. Kann man hier mit so einem Bund ein bisschen enger machen. Genauso wie unten. Ach, für den Preisschlag. Für den Preisschlag. Social Pants kann man jetzt nicht so viel zu sagen. Aber ich war sowieso jedes Mal am Überlegen, die mitzunehmen und jetzt habe ich sie halt bei dem Preis wirklich eingepackt. Noch eine Sache von Weekday wäre dieser Hoodie. Das Besondere hier ist der, dass der an allen Öffnungen so umgeschlagen ist und der Bund wurde halt so ein bisschen enger gemacht. So ein bisschen auf Yeezy Gap angelehnt, auf diese Dough Hoodies. Und dann eben die Farbe. Das ist so ein, ja, Ash Grey, würde ich sagen. Den kenne ich gar nicht. Also den habe ich noch nie gesehen. Ich bin schon wieder angezogen. Mit so einem leichten, warmen Stich drin. Schwer zu beschreiben, aber ich finde die Farbe sehr, sehr cool. Ich muss nur leider sagen, ich habe den wahrscheinlich nur mal zu klein genommen. Beziehungsweise ist der, dadurch ist der Bund eben unten wirklich so enger gemacht. Das geht aber. Wurde mir ein bisschen zu eng unten. Ich glaube, gekostet hat das ganze Ding 55 Euro. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Dafür würde ich aber sagen, ist ja auf jeden Fall top. Ist auch super weich. Ich würde schon fast sagen, dass es sogar gepeached ist. Und wir haben hier eben auch 100% Baumwolle. Ich weiß nicht, ob der noch so im Sortiment vorhanden ist. Wenn ja, haue ich euch den auch mal unten in die Videobeschreibung. Und die letzte Sache von Weekday wäre dann diese Jeansjacke. Hä? Die ist hart. Lol. Beziehungsweise würde ich sagen, es ist... Also, okay. Grün ist halt schwer so zu tragen, aber an sich ist die cool. So ein bisschen in so einem Workwear-Design. Und was ich bei der halt sehr krass fand, ist dieses Grün. Das ist wirklich so ein, ja, Olivgrün, würde ich sagen. Mit so einer leichten Vintage-Optik. Dadurch, dass dieser Reißverschluss eben so kupferfarben ist. Von innen ist das Ganze ein bisschen gefüttert. Und vor allem fand ich die Waschung halt sehr stark. Die auf diesen Taschen so ein bisschen heller ist. Und sie ist halt auch sehr clean gehalten. Also, wir haben hier wirklich nur zwei Taschen... Fittes Ausstand. Nicht hier oben noch irgendwelche Pockets, was dann wirklich nachher mir persönlich zu viel wäre. Auch vom Fit her ist die ein bisschen croppeder. So, wie sich das eben für so eine Jeansjacke gehört. Nun muss ich mal schauen, mit was ich die kombiniere. Weil grün ist jetzt nicht ganz so easy. Aber wenn ich da einen coolen Fit gefunden habe, dann werde ich euch sowieso nochmal ein Video zu den besten Frühlingsfits machen. Und da wird die auf jeden Fall mit enthalten sein. Die war ein bisschen teurer. Ich glaube, 90 Euro ist, würde ich sagen, für eine Weekday-Jacke schon ein bisschen mehr so. Also, schon teuer. Also, für eine Weekday-Jacke. So, weil, ich meine, du kriegst bei Weekday auch für 90 Euro eine Pufferjacke. Aber trotzdem immer noch für das, was es ist, wie ich finde, auf jeden Fall fair. Dann habe ich mir noch einen Schuh geholt. In dem Fall ein Boot. Von Echo. Ich hätte sie wirklich... Echo? Dicke, Echo ist so eine Marke, da hatte ich als im Kindergarten oder so Schuhe von. Oder? Verwechste ich das gerade? Ich habe niemals gedacht, dass ich mir mal was von Echo kaufe. In dem Fall ist es aber eine Collab mit Roy 7000 Studios. Ich fand den auf Bildern schon krass. Kenne ich auch nicht. Krass. Habe mir den dann einfach mal bestellt. Musste ihn aber wieder zurückschicken, weil dieser Schuh unfassbar groß ausfällt. Ich habe jetzt in dem Fall eine 41 und könnte wahrscheinlich sogar eine 40 tragen. Obwohl ich eigentlich 42,5 in den meisten Sachen trage. Naja, so sieht das Ganze aus. Ist halt, wie ich finde, ein Boot, der so wirklich in diese Yeezy... Dicke, der sieht ein bisschen aus wie diese PDF-Schuhe. Kennt ihr die? Also checkt ihr, was ich meine? Diese PDF-Channel-Schuhe. Der sieht ein bisschen so aus. Checkt ihr? Ja, ne? Ihr checkt, glaube ich, ne? Chat. Einzelne Chat. Ihr checkt das, oder? Oder bin ich lost? Nein, nein. Ihr checkt das. Ihr checkt das. Die Richtung schon fast geht, würde ich sagen. Sieht allgemein sehr rund aus. Hat so wenige Linien. Du checkst alleine. Fresse. Der ganze Schuh hat eben noch Robe Laces. Die Sohle hat ein sehr fettes Profil, würde ich sagen. Und was ich auch nice finde, der ganze Schuh ist halt aus einem sehr, sehr weichen Leder. Ja, ist cool. Safe. Kann man machen. Cooler Schuh. Von Eco. Ich denke mal, wird das auch nicht viel kosten. Ja, safe. Cool. Also auch das Inlining, was ich immer bei so Boots wirklich wichtig finde. Der gute Alternative zum Desert-Boot. Ich finde, man muss den Schuh einlaufen. Am Anfang ist er ein bisschen unbequem und man kann ihn jetzt auch nicht so lange tragen. Aber irgendwann passt sich das Leder halt an den Fuß an. Und dann wird der, glaube ich, sehr, sehr bequem sein. Wie ich finde, kann man den auch auf alles eigentlich anziehen. Auch mit dem habe ich schon einen Fit auf Instagram gepostet. Könnt ihr gerne mal abchecken. Der ist auch nicht ganz günstig. Aber ich wollte auf jeden Fall einen Boot haben, der so in diese ganze Easy Desert-Boots, Branded-Boots, sonst was Richtung geht. Und ich fand den auf jeden Fall cooler als diese ganzen günstigeren Alternativen. Weiter geht's dann mit einem Pick. Was kostet der denn jetzt? Ah, nice. Geil. Gab auch aus dem letzten Jahr. Ihr wisst ja, jedes Jahr kommen Bogos. Oh, der hat sich Bogo gezogen. Raus. Und auch letztes Jahr habe ich mich nicht schlumpen lassen und habe mir eben dieses Bogo zugelegt. Das ist eben das Graue mit diesem Camo-Box-Logo. Und diesmal habe ich auch endlich mal die richtige Größe genommen. Dadurch findet ihr das auf jeden Fall wie ich. Ist aber schon ein fresher Bogo. Also ist ein fresher Bogo. Ich habe Narben lasern lassen. Narben. Ich finde es sehr, sehr nice. Man merkt auch, Supreme kommt auf jeden Fall so ein bisschen zurück. Immer mehr Leute tragen wieder Supreme. Hier könnt ihr nochmal schauen, wie das ganze Logo aussieht. Wir haben auch hier noch diese 2023 drauf. Ist halt ein Box-Logo. Braucht man nicht viel zu sagen. Ich würde nur sagen, dass es auf jeden Fall ein bisschen mehr special ist, als so die letzten, die immer so rauskamen. Und kann ich persönlich auch auf sehr viele Sachen tragen. Vor allem auf eine helle Jeanshose. Und das ist auch eine Jeanshose, bei der mich immer sehr viele gefragt haben, ey, wo hast du dir her? Die ist von Polar. Das ist nämlich die Polar Big Boy. Kennt wahrscheinlich einiges Geld davon euch. Polar, keine Ahnung. Für mich ist so, wie ich finde, eines der cleansten blauen, hellblauen Jeanshosen, die man sich holen kann. Ich sehe nur gerade, what the fuck, was habe ich mit der gemacht? Warum ist die so dreckig? Ja, die muss ich auf jeden Fall jetzt mal waschen. Ist vom Fit her super bag. Ja, ich catch die Waschung jetzt nicht so krass. Also ich bin nicht so der Fan von diesen hellblauen Waschungen. Ähm, Fit, ja, ist okay. Geht aber auch geiler. Sag ich euch ehrlich. Für mich persönlich, für manche Outfits schon ein bisschen zu weit. Es gibt von der aber auch noch eine... Zu weit, ich hätte sogar gesagt, die ist zu eng. Also, ja. Minimal schmalere Version. Ich habe mir das Ganze auch nochmal in einer dunkelblauen Variante zugelegt. Ich fand dieses typische Jeansblau einfach sehr cool und hatte ich so auch noch nicht. Und macht man halt nie was mit falsch mit so einer dunkelblauen Jeans. Boah, ich hätte, finde ich sogar fast besser. Weiter geht's mit zwei Moha-Sachen zumindest. Digga, hä, ist, wenn ich jetzt auch da drinne bin? Einfach back to back, Junge. Die Sachen... Boah, das sieht hier aber ganz gefährlich aus, hier an diesem Bügel, ne? Also das hier sieht gar nicht gesund aus. Mohair Optic, es ist halt kein echtes Mohair. Da gehen einmal Showlots raus an Jan und an Sacralite. Danke für alle, danke an alle, die an mich geglaubt haben. Danke, 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 danke. Hier hätten wir nämlich diesen, ja, cremeweißen Mohair-Sweater. Ich will den nicht zu lange auf dem Bügel haben, weil das ist nicht so gut für den Stoff an sich. Ist halt ein sehr, sehr flauschiges Ding. Kam, glaube ich, am Black Friday raus. Finde ich von Fitzy auf jeden Fall top. Das Einzige, was ich so bei dem kritisieren würde, ist, dass der mir vorne ein bisschen zu lang ist. Ich hätte mir den von der Länge her minimal kürzer gewünscht. Das ist schade, das ist schade. So, Pablo, du kriegst keine Pakete mehr, weißt du? Du kriegst gar nichts mehr, für die krieg ich nämlich nicht an. So, du kriegst nichts mehr von mir. Ich entfolge dir bei Instagram, ich blogge dir überall. Ne, das gefällt mir gar nicht. Aber ansonsten trage ich auch den sehr, sehr gerne. An sich, so diese Mohair-Optik sehe ich auf den Straßen irgendwie noch nicht so viel. Deswegen ist es auf jeden Fall mal was anderes. Und wie ich finde, ein sehr, sehr cooler Sweater. Auch sehr cool. Hey, Kuss, 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 Kuss. Danke, 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 dass du es reingepackt hast. Sehr, sehr korrekt von ihm. Cool ist dieser Polo-Sweater. Der ist ein... Oho, Amre auch im Video. Einfach die OGs Jan und Amre hintereinander in einem Video. In dem Fall von Avisee. Die hatten vor, ich glaube, ein, zwei Wochen einen Drop. Ist leider auch Soldat. Aber ich habe auch gehört, dass die vielleicht einen Restock machen. Also schaut auf der Seite gerne mal vorbei. Gerade in diesem Grau fand ich den sehr, sehr cool. Ist halt durch diese Mohair-Optik auch wieder sehr, sehr weich und flauschig. Und ich muss sogar sagen, diese Polo-Optik mit dem Kragen in dem Fall gefällt mir unfassbar gut. Hat halt immer noch so voll den Streetwear-Look, aber so ein bisschen edler, würde ich schon fast sagen. Als kleines Detail von der Brand haben wir nochmal hier dieses Logo auf der Rückseite. Was aber auf jeden Fall jetzt nicht zu groß ist, nicht zu plakativ ist. Gerade die Farbe fand ich auch hier sehr cool. Ist so ein Steingrau. Kann man auch eigentlich auf sehr, sehr viele Sachen tragen. Und ist gerade für den Frühling wirklich ein super Piece. Kommen wir dann jetzt mal zu einem Duft. Ich muss sowieso sagen, Parfüm ist gerade so ein Thema, was bei mir auch sehr aktuell ist. Zumindest habe ich mich die letzten Wochen so ein bisschen reingefuchst. War sehr oft in Parfümerien unterwegs. Habe mir auch einige Proben besorgt, weil diese Düfte sind alle viel zu teuer, um sie einfach blind zu kaufen. Wenn ihr wollt, mache ich dazu auch nochmal ein eigenes Video, dann zu den besten Frühlingsdüften. Auf jeden Fall habe ich mir dann doch einen Duft als Flakon gekauft. Ein Vidian. Und ich habe auch noch vor mir ein paar andere... Ja, Vidian habe ich kaum in meinem Leben vielleicht zwei Düfte gerochen. Ich kenne nur diesen Vidian London, glaube ich. ...Difte zu kaufen, aber alles mit der Zeit. Das ist auch so eines meiner Favorite-Düfte, jetzt gerade so für den letzten Herbst gewesen. Den kann man aber auch super zum Feiern tragen. Nämlich hätten wir hier einen Duft von Vidian. Ist eine Nischenbrand, die es glaube ich noch gar nicht so lange auf dem Markt gibt. Die Verpackung, wie ich finde, ist auch sehr, sehr schön gemacht mit diesem Etui, was man halt hier so aufmachen kann. Da kommen einem auch so zwei goldene Bändchen entgegen und dann hat man auch schon direkt den Duft. Wir hätten hier nämlich den Vidian Black 4 aus der Black-Reihe. Noch nie gerochen, kann ich nichts zu sagen. Auch der Duft ist unfassbar teuer gewesen. 50 ml haben mich, glaube ich, im Laden 250 Euro gekostet. Das ist brutal, ja. Aber genauso brutal ist eben auch dieser Duft. Ich kann euch die ganzen Inhaltsstoffe mal einblenden, was im Duft drin ist, in der Kopfnote, in der Herznote, in der Basis. Aber was ich hier vor allem rieche, ist diese Backpflaume, die da drin ist. Ist halt sehr süß. Ich mag süße Düfte viel lieber als so holzige Düfte. Es kommt auch immer drauf an. Aber so, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen holzigen und süßen Düften, würde ich immer süßere Düfte nehmen. Auch wenn ich den jetzt mal so aufsprühe. Scheiße, ein Euro weg. Ist ja am Anfang halt wirklich sehr süß. Der bleibt auch süß, aber so dieses elegante Süß. Allgemein, wenn der Duft länger auf der Haut ist, wird der sehr, sehr weich. Und man merkt halt wirklich, dass hier ein Parfümär hinter steckt, der Ahnung hat von dem, was er macht. Das Ganze wirkt halt so sehr komplett, sehr durchdacht. So vollständig einfach. Ich kann es nicht anders beschreiben. Sehr, sehr geiler Duft. Bis jetzt auch jede Person, den ich diesen Duft gezeigt habe, fand... Top 3 Düfte, boah, könnte ich jetzt gar nicht sagen, so auf Schnelle, die ich so einfach... Ist den gut? Wie gesagt, würde ich halt eher so zur Herbstseason, zur Wintersseason tragen oder halt eben zum Feiern gehen. Ich kann ihn persönlich aber auch, ja, jeden Tag tragen, auch wenn das bei dem Preis und bei der Milliliteranzahl jetzt nicht unbedingt schlau wäre. Falls ihr mehr Content zu Düften haben wollt, schreibt es mal in die Kommentare. Denn wie gesagt, ich habe mich da auf jeden Fall ein bisschen reingefuchst. Machen wir dann weiter mit einer Brand, bei der ich so ein paar Sachen gekauft habe. Unter anderem 3 Puffer Jackets, die ich euch auch noch nicht gezeigt habe. 3 Puffer Jackets? Bro, kauf 3 Puffer Jackets. Äh, was hältst du von Nuxas? Gut, habe ich selber, habe ich selber, trage ich oft, guter Duft. Zum einen wäre das meine aktuelle Daily Winterjacke. Die habe ich wirklich den ganzen Winter jetzt getragen. Ich finde den Colorway einfach sehr, sehr stark und allgemein, die Jacke ist für mich auf jeden Fall schon nah an Perfektion. Das Ganze ist von Root Atelier. Eugen hat mir die damals auf korrekt zugeschickt. Und wie gesagt, ich habe die halt wirklich rauf und runter getragen. Die ist geil, das Einzige, weil ich nicht so feiere, ist, dass die hinten so, die ist hinten so übertrieben lang irgendwie. Und vorne so übertrieben kurz, irgendwie das feiere ich nicht so. Und wie gesagt, ich... Hier so, checkt ihr das, komm, wie lang die hinten ist. Ich habe die halt wirklich... Und dann hier so über kurz. Rauf und runter getragen, weil ich eben auch sehr viel habe, was so in diese cremefarbene Richtung geht. Da ich auch noch keine Pufferjacket hatte mit einer Kapuze, sondern immer nur mit so einem Stehkragen, habe ich mir die gleiche selber in schwarz zugelegt. Das Ganze ist wirklich so ein, ja, richtiges Schwarz ohne Grün, ohne Blaustich. Hat halt eben eine Kapuze und kann man auch eigentlich auf alles tragen. Sie hält super warm und ist halt perfekt für den Winter. Die gleiche Jacke habe ich mir aber auch nochmal in dieser, ja, schwarze... Einer kauft sich drei Pufferjacken. 18 Motoröl-Variante gekauft. Fand ich von Anfang an sehr, sehr krass. Muss man sich auch trauen. Boah, also ich feiere ja auch so glänzende Jacken, aber das finde ich schon einer drüber. Aber ich finde, das ist einer drüber. So was zu tragen, aber ist auf jeden Fall ein Hingucker. Die werde ich jetzt auch nicht so oft anziehen, aber zum gegebenen Anlass im Winter wird die auf jeden Fall sehr, sehr cool kommen. Die ist so von der Geräuschkulisse... Boah, der, 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 der schon höre, Alter. Ne, 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 die, die, die ich gar nicht meine. Bisschen nervig, weil sie, ja, hört ja selber. Wenn man sie trägt, geht's aber. Und ist halt, wie gesagt, vor allem durch dieses glänzende Motoröl-Design auf jeden Fall ein Outstanding Piece. Sehr, sehr starkes Ding. Von Root Atelier habe ich mir aber auch noch zwei Zipper gekauft. Zum einen diesen Double Layered Zipper-Puddy. Boah, da bin ich gespannt drauf, weil den wollte ich auch haben. Da bin ich jetzt gespannt drauf, weil den fand ich auch sehr, sehr geil. Sogar Reverse, also umgedreht, tragen kann. Wir haben hier jetzt kein großartiges Design drauf. Wirklich nur dieses Root Atelier-Logo, was mir immer sehr, sehr gut gefällt. Ist halt ein super minimalistischer Zipper, den man so daily tragen kann. Ist von Fit ja auch, ich würde sagen, so zu 90 Prozent mein Fall. Könnte von meinem Geschmack ein bisschen cropter sein, aber der soll halt so sein. Der ist ein bisschen länger geschnitten einfach. Kann man aber auch zur Not um... Ja, Fit taubt mich jetzt nicht so krass um, tatsächlich. Und allein der Fakt, dass der Double Layered ist, macht den für mich auf jeden Fall nochmal besonderer. Kann man halt super auch so als Jacke im Frühling tragen. Dadurch, dass er Double Layered ist, hält er auf jeden Fall warm. Und gerade in diesem Grau hat der mir sehr gut gefallen. Den gleichen habe ich mir aber auch nochmal in diesem Bubble Gum Colorway geholt. Da gab es so eine Valentins-Rabatt-Aktion, bei der man zwei Zipper zum Preis von einem kaufen konnte. Da habe ich auch... Boah, das ist krass, das ist krass. Zwei Zipper zum Preis von einem? Das ist sehr, sehr, sehr krass. Auf jeden Fall zugeschlagen. Weil von der Qualität sind die Sachen halt wirklich alle krass. Und gerade so eine Farbe habe ich jetzt auch noch nicht in meinem Kleiderschrank gehabt. Alter, mein Arm fällt gleich ab. Das Ding ist halt auch... Ich muss aber sagen, ja, ist cool, aber ist das keine Farbe, die ich jetzt irgendwie krass rocken würde? Wäre so ein Ding, das ist wie dieser pinke Lowlighter, bei dem ich gekauft habe. Das kaufst du dir und trägst eh nicht. Ja. Superschwer. Ist halt vom Fitzer genau gleich wie der Graue. Nur, dass er eben in einer anderen Farbe ist. Kann man jetzt nicht auf alles tragen, aber auf eine helle Jeans kommt er sehr cool. Und ist halt mal was in der Farbe. Gerade für die kommende Jahreszeit auf jeden Fall cool. Und dann habe ich mir tatsächlich eine Uhr gekauft. Es war irgendwie so ein bisschen so ein Impulskauf, würde ich sagen. Weil eigentlich will ich halt immer noch eine Stahluhr haben. Am liebsten eine Santos, eine Euster Perpetual. Das wäre halt so schon sehr krass. Das ist halt eine Uhr, die nicht aus Stahl ist. Sondern die geht so ein bisschen in diese Richtung von G-Shock, die ich eigentlich schon immer cool fand. Gerade diese transparenten Sachen. Wir hätten hier nämlich eine D1 Milano zusammen mit Matt Paris. Kann man an dem Karton hier auch erkennen. Fack mir beides gar nichts. Machen wir das Ganze mal auf und ihr könnt auf jeden Fall mal reinschauen. So sieht das Ganze aus. Ist halt mal in meinen Augen wirklich was komplett anderes, was ich so auch jetzt selber noch gar nicht gesehen habe. Das wäre dann einmal die Uhr. Ihr könnt ja sehen, das Ganze ist halt wirklich transparent. Auch das Armband ist transparent. Ist halt... Ist aber sick. Ist aber cool. Also ich feier, ich feier. Doch, ist das cool. In so einem Cremeweiß gehalten. Auf Bildern sah die tatsächlich ein bisschen heller aus. Aber ich finde dieses Cremeweiß eigentlich ganz cool. Das Besondere, würde ich sagen, hier dran oder beziehungsweise das, was die Uhr ausmacht, ist der Fakt, dass man die Uhrzeit gar nicht richtig ablesen kann. Also halt nur so ganz... Also wie bei der Off-White-IKEA-Uhr oder Virtual-IKEA-Uhr. Grob, weil, ja, ihr seht ja selber, da fehlt halt ein bisschen was. Finde ich aber sehr cool. Gibt eine coole Optik, eine einzigartige Optik. Und wie ich finde... Was erzählen, kleiner Realtalk zum Thema Uhr. Ich glaube, ich habe seitdem ich meine Uhr habe, ich schwöre, dass es kein Spaß, seitdem ich die Uhr habe, vielleicht insgesamt fünfmal wirklich auf die Uhr geguckt, um die Uhr zu... um die Zeit zu lesen. Weil, Digga, ist es so gewohnt, wenn ich die Zeit wissen will, gehe ich an mein Handy, zack, hab die Uhrzeit. Digga, ich... Also das ist wirklich so weh. Es ist so selten, dass ich es zu denen hier mache. Wie viel Uhr haben wir denn? Hm. Halb sechs. Ist das auch eine coole Daily Uhr, bei der man sich jetzt nicht irgendwie einen Kopf machen muss, okay, zerkratzt die jetzt oder knall ich damit jetzt irgendwo gegen, ist direkt was kaputt. Die kostet halt in Anführungsstrichen auch nur, ich glaube, 220, 250 Euro. Ich fand die sehr cool. Auch so durch das ganze Design, diese Form, auch wie das Armband hier so verläuft. Hier sind ja auch so Metallschäbe mit drin. Ist halt ein bisschen sportlicher, durch das leicht Transparente... Aber ist cool, die Uhr, doch. Hört sich auch aus und kann ich persönlich so eigentlich auf alles auch tragen. Wie gesagt, mir hat am besten eigentlich das Ziffern, ein Blatt gefallen, was halt so ein bisschen auch abstrakt ist, weil man halt die Uhrzeit nicht ablesen kann. Trifft sicherlich nicht jeden Geschmack. Mir hat es hier aber ziemlich gut gefallen. Das wäre es auf jeden Fall auch mit allen Pickups gewesen. Was hat euch am besten... Das war's. Cooles Video, coole Pickups, sympathischer junger Mann. Shoutouts Maxi. Sehr, sehr cooles Video. Checkt sehr, sehr gerne ab, lasst ein Like da. Support, support, support. Cool. Cool. Sehr, sehr cooles Video. Love Dang. Love Dang. See you. Weis zaang. Bis zum nächsten Mal.